Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode South Park, Stab der Wahrheit. Ich habe letztens ein paar Elfenkrieger zurückgeschlagen, die uns den Stab der Wahrheit gestohlen haben. Mir ist auch ehrlich gesagt ein kleines Malheur passiert. Ich habe nämlich aus Versehen die schon fertige dritte Episode gelöscht, also werde ich das hier nochmal machen müssen. Macht aber nichts. Jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr ganz sicher, was ich schon alles erklärt hatte und was nicht. Also, falls ich was doppelt erklären sollte, ihr wisst warum. Wir haben hier ein Schnellreisesystem und zwar Certimis Fast Travel, wie man da unten rechts auch lesen kann. Hier, so. Und von dort aus kann man zu jedem anderen Schnellreisepunkt reisen. Wir haben bis jetzt aber nur einen entdeckt, einen von zwölf. Zwölf gibt es insgesamt, Stand da vorhin auch kurz. So, und wir legen los. Butters als Begleiter freigeschaltet. Butters wird jetzt konstant mit uns mitkommen. Und, ja, mal gucken. Mrs. Carton haben wir auch als Freund. So. Begleiter. Freunde. Nein, Gruppe hier. Butters. Butters ist ein Paladin, ein edler Krieger mit reinem Herzen und Geist. Seine heilige Kraft zerschmettert die Frevler und heilt die Verwundeten. Und wenn seine Fähigkeiten als Paladin nicht mehr ausreichen, verfügt er noch über die Kräfte seines alter Ego. Professor Chaos. Befindet er sich nicht im Kampf, kann Butters befohlen werden, alle Verwundeten Verbündeten zu heilen. Mann, was habe ich denn heute wieder für einen Socken im Maul. So, ähm, ein paar Fähigkeiten hat er auch, die lernen wir später im Kampf kennen. Wie man hier auch schon sehen kann, man kann auch noch andere Charaktere freischalten als Begleiter. Welche das sein werden, werden wir noch erleben. So, und weiter geht's. Hauen wir mal wieder alles zu Brei. Schadet nämlich nicht. All die kleinen Kleinigkeiten. All die kleinen Kleinigkeiten, die wir einsammeln können, geben uns Geld. Auch wenn's nur 20 Cent hier, 50 Cent da sind. So in einer großen Anzahl. Macht das dann halt doch einen Riesenunterschied aus. So. Who is the cool? Waschbärposter. 25 Cent, wie man hier sieht. Ja, jetzt stellt euch vor, hast du 10 von gesammelt. 2,50 Dollar, mal eben so. So. Schauen wir mal in den Schrank rein. Der Awesome-O. Eine Faith Plus 1 CD. Was haben wir noch? Cowboy-Hut oben. Beefcake rechts. Das Unterhemd. Das Muskel-Shirt, wie auch immer. Kampf-Goloss. Jawohl. Schauen wir mal weiter. Ach ja, wir haben ja jetzt den Luschenbogen. Das heißt, wir können auch ein bisschen die Umgebung weiter oben kaputt machen. Kann alles Mögliche runterschießen. Ganz so gründlich werde ich später nicht mehr sein. Aber für den Anfang so ein bisschen Startkapital damit sammeln, schadet absolut nicht. Unterhose. Schwarzer Donner, lila Leidenschaft und Hase. Ja. Eric Cartmans Mutter hat ihr ihre Spielzeugschublade. So. So sieht es bei mir nach einer Party auch aus. Nicht? So. Was haben wir hier? Suche Gegenstände, die du färben möchtest. Ah, wir können jetzt Kleidung färben. Genau. Schauen wir doch mal. Wir nehmen... ...instatt dieses ranzige Blau... ...ein schönes Grün. Grün für die Hoffnung. Denn davon brauchen die Juden reichlich. So. Na, hat er? Jawohl, hat er. Braune Kackhose. Lassen wir so. Zack. Dann wollen wir auch mal ein bisschen zaubern. So. So. Ein Klumpen Kake. So. Komm, wir schauen. Was haben wir hier? Cherokee Haartampon. Die nehmen wir auch mit. Viele kleine Anspielungen auf South Park, die Serie. Also wer South Park, die Serie gesehen hat... Es gibt hier... Es gibt hier... Es gibt hier hunderte, hunderte von Anspielungen. Das ist der Wahnsinn. Ich werde... Ich werde mit Sicherheit nicht alle davon wiedererkennen. Was ich so wiedererkenne... ...kann ich aber Gelegenheit mal was zu sagen. Tue ich ja auch schon. So. So. We are not allowed to go into the street. We are not allowed to go into the street. We are not allowed to go into the street. We are not allowed to go into the street. We are not allowed to go into the street. But those are holy alchemists from the Orient. Legend has it that he who can collect enough will be rewarded. Chinpal, come on! So. Papprolle, nehmen wir auch mit. Keine Post. Okay. Nein. Auch nichts. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans. But Paladin Butters lets me be a squire on the slide. Paladins seek justice for all races. Wem ist es noch aufgefallen? Hm? If you ever need your horse reshued, let me know. Behold! The Wizard of Butters the Merciful. Inspector Butters, einer seiner vielen Persönlichkeiten ist auch Inspektor, der die Episode noch kennt. So. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. I don't think so. So, die Kacke, die gepinkelt hat. Butters selbst verfasstes Boo. Nehmen wir auch mit. Ah, this must be the new kid. We're playing, Dad. Good for you. You facebook me right away if Paladin does something he should be grounded for. Mare ich. Sieben Freunde. Vorteil verfügbar. Freundschaft hat ihre Vorteile und du hast gerade deinen ersten erhalten. Drücke Back, um deine Homepage zu öffnen und verfügbare Vorteile zu sehen. Also wenn da steht, Freundschaft hat ihre Vorteile und du hast gerade deinen ersten erhalten, dann ist das nicht auf den ersten Freund, sondern deinen ersten Vorteil bezogen. Ich finde das ein bisschen missverständlich geschrieben. So, Clyde schreibt, fick dich Neuer, alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Ja, das werden wir noch sehen. Mr. Stodge, du sollst wissen, dass mir die Sache mit Butters wirklich leidtut. So allgemein. Alles klar. Entschuldigung. Was wollte ich hier nochmal? Ach ja, genau. Die Vorteile. Davon gibt es auch reichlich. Hier kann man auch noch welche freischalten. Die schaltet man später automatisch frei. Dann hätten wir hier 20 Vorteile insgesamt. Ich könnte jetzt natürlich mit euch jeden einzelnen durchgehen. Ich denke mal, mit der Zeit werden wir mal den einen oder anderen rauspicken und kurz was dazu sagen. Aber jetzt alle vorstellen, das sprengt irgendwie so ein bisschen, ja, das sprengt so ein bisschen die Zeit hier. So. Zack. Kennt ihr das, wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr einen Satz beenden sollt, den ihr gerade angefangen habt? Gehirn, seid doch schon wieder einen Satz weiter. Das ist fürchterlich. Das ist mir gerade passiert. Ist auch ich gar nicht aufgefallen. So. Schauen wir mal weiter. Das kriegen wir auch kaputt. Zack. Wir sammeln natürlich wieder alles auf. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon erzählt hat oder nicht, aber gerade bei diesem, alles was so einen gelben Griff hat, also so einen gelben Griff, so einen gelben Henkel. Ähm, das kann man, damit kann man interagieren. So sieht man ja, Seife am Seil, hier ist zum Beispiel grau, hier kann ich nichts machen. Hier ist ein gelber Griff oder golden. Zack. Da können wir was mitnehmen. So. Nochmal auf Toilette gehen wir nicht. Wir lassen die Dusche an. Damit hat Butters Hausarrest bekommt. Wer soll es sonst gewesen sein? Kaum der freundliche Gast. So. Gehen wir mal hier rein. Das Deutsch-Garagenschlüssel. Da schauen wir auch gleich rein. Das nehmen wir auch mit. Auch noch eine Schublade. So. Schauen wir doch mal in den Schrank von Butters. Diaz de Mantequilla. Ja, ein Professor-Chaos-Mützchen haben wir da auch. So, Casa Bonita. Ja, ich erkenne wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem dort wieder an Anspielungen. Ah, okay, den Schlafanzug, den, äh, schuldig sagen, den rosanen dort, den erkenne ich auch wieder. Wo Kaatman so ein paar Selfies mit Butters gemacht hat. Der eine oder andere wird wissen, was ich meine. Also, hawaiianischer Ausweis. Opa, das ist ja hawaiianer. Rosinen-Mädchen-Bild. Nehmen wir alles mit. Zack. Ja, die werden mit Sicherheit sehr viel ausrichten. Der Schlüssel zur Chaos-Höhle. Jawohl. Da kommen wir später auch noch hin. So viel erstmal dazu. Chimpo, come on. So. Kaputt. Bups. So. Weiter geht's. Ich glaube, wir sind dann durch mit Butters Haus. Küche waren wir auch schon, oder? Ja, waren wir auch schon. Alles klar. Ähm, nur nochmal, was wir vergessen haben sollte. Wir sollen Token, Crake und Tweak für Kaatmans Armee rekrutieren. Wir schauen uns aber erstmal ein bisschen ins Hothpark um. Gibt ja keinen Grund zur Eile. So. Kaputt. Irgendein Kind wird sich ärgern. So. Die Kiste hatten wir schon. Ach, das ist hier unser Haus. Genau. Steht's ja auch. Und gerade frisch eingezogen. Jetzt können wir hier auch den Schnee weghauen. Und können hier das Zeug mitnehmen. So. Und hier kommen wir auch weiter. Jawoll. Hier ist die zweite Schnellreisestation. Wie man hier an der Fahne an der Roten erkennen kann auf der Karte. Und wenn wir jetzt hier rüber scrollen. Hier ist dann die, die wir als erstes entdeckt hatten. Da könnten wir jetzt zum Beispiel draufklicken. Und dann wären wir wieder bei Kaatman direkt im Garten. Brauchen wir aber nicht. Wir gehen direkt weiter. So. Wow. Was wollt ihr denn von mir? Ja, und die größte Gefahr denn ich? Zeige ich euch noch. So. Und zack. Rüstung. Jawoll. Zack. Direkt wieder in Rüstung weg. Was als du übertreibst. Hier nochmal kurz. Entschuldigung. Man kann ja nicht nur ein Gegenstand vor jedem Angriff nutzen. Man kann auch stattdessen eine Schnellaktion nutzen. Jeder Begleiter hat. Also jeder hat eine. Butters kann heilen. Ist da ein Begleiter dran, so kann er ein Gegenstand oder seine Schnellaktion verwenden. Ja, das hab ich ja gar erklärt. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Hammer der Gerechtigkeit. Hammer der Gerechtigkeit. Butters schwingt seinen Hammer gegen einen nahen Gegner, der angepisst wird. Sehr gut für den Rüstung. Hammer der Stürme. Butters trifft alle Feinde, die nebeneinander stehen. Mit einem massiven Schockschaden. Versuchen wir das direkt nochmal. So. Da hab ich wohl zu früh gedrückt. Feindliche Angriffe, Gegenstände und deine eigenen Fähigkeiten können Statuseffekte bei dir oder deinen Feinden bewirken. Nutze den Bildschirm untersuchen, um mehr über die Statuseffekte zu erfahren, die bei dir wirken. Machen wir doch mal. Hier haben wir die Lupe für Untersuchen. Und hier können wir dann schauen, was die Statuseffekte so anrichten. Schädigt am Ende jeder Ecke. Ruhe da. Kann bis zu fünfmal. Ah ja. Ja, nehmen wir. So. Die Buff entfernt. Jetzt bluten wir nicht mehr. So, was machen wir denn? Wir haben unsere Fähigkeiten. Wir haben den Luschenbogen frisch bekommen. Wir haben das Sichelschwerter-Globy. Eine neue Waffe also. Wir nutzen mal das Juden-Jitsu. Das muss ich eigentlich machen. Ich glaube, das war richtig. Ach, verdammt. Rechts, der heilt ja. Fähigkeiten kann Watters nicht mehr einsetzen. Wir können jetzt zum Beispiel, ich zeige es euch nochmal, heilen. Schnellaktion also. Und trotzdem noch angreifen. Zack. Das war's mit dem Heiler. Tuch. Ach, ist ja nur Watters. So. Wir können den Luschenbogen benutzen, um den hinteren zu treffen. Weil, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das vorher schon mal erklärt hatte. Aber, wenn man jetzt einen Nahkampfangriff machen möchte, starten möchte, dann kann man nur die vorderste Reihe angreifen. Denn, die sind dann quasi, die hinteren sind dann quasi von den vorderen geschützt. So. Wenn der jetzt hier zum Beispiel, so wie jetzt am Boden ist, und dort unten rechts ist einer, und ich kann dann Watters Hammer der Stürme, oder was das ist, oder diese zweite Fähigkeit, ihr wisst, was ich meine. Ich zeige mich nicht später, einfach mal, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Zack. Dann zeige ich euch das mal im nächsten Kampf. So. Du kriegst auch noch mal auf die Fresse. So. Feierabend hier. Wir haben gewonnen. Naja. Ehrlich. Boah, das macht ja nicht viel. So. Wir sind in South Park. Ja. Wir können aber erstmal... Zack. So. Ich hoffe mal, das sind wieder vier. Nee, leider nicht. Aber ich glaube, ich kann es euch da trotzdem zeigen. Moment. Erstmal. So. Ah, ich hätte den Heiler zuerst angreifen sollen. Egal. Hier, Hammer der Stürme. Ah, hatte ich doch richtig. So. Hier kann man jetzt unschwer erkennen. Unten kann man... Also man kann quasi immer nur eine Reihe angreifen mit dieser Fähigkeit. Und wenn jetzt hier unten links einer stehen würde, könnte ich den hier unten rechts nicht angreifen. Wenn der hier oben links aber K.O. wäre und oben rechts wäre einer, könnte ich auf den oben rechts klicken und ich würde auch den hier unten rechts mit angreifen. Ja. Ich glaube, noch unverständlicher kann ich es leider nicht erklären für euch. Der eine oder andere wird mich verstanden haben. Und wir machen weiter. Huch. Zack. Den kannst du nicht mehr heilen. Oh. Hilft er einfach mit Steinen nach uns. Ich glaube, ich spinne. Juden geht zu. Drücke wiederholt A. So. Betäubt ist er auch. Und Feierabend hier. Looten wir den Gegner. So. Das sage ich dazu. Aufmerksam. Geile. Naja gut. Oh. Hier haben wir auch noch einen zum Looten. So. Das Nest können wir da auch runterschießen. Gibt es mal einen Haufen Holzsplitter. Schauen wir uns weiter um. Hallihallo. Hallöchen. Hier haben wir noch einen Haufen. Oh.